Musik Unsere Geschichte Unsere Geschichte handelt von der Old Kolonien Mennoniten, die in den 19-20 Jahren von Manitoba in Saskatchewan in Canada, noch Mexico, noch San Antonio de los Arenales, dem von der Osten Quotemoc, amsiedelden. George Rampel, die die Geschichte aufstellt in Schrift und auch verbringt, es befehlt von das Zellster-Wiege-Wast, als sie in Mexico-Wohnhoft werden. Das ist die Brege Radio, sie haben bei der Plotische Radio Station in Elmer, Ontario, und sie haben Rampel, und ich wünsche Ihnen einen guten Umfang. Unsere Geschichte Nummer 35 Das muss vertellen wir uns nach Wadda Meier von Wodod auf der Mennonitischen Germo-Siedlung in Durango zum Einchen. Und dann vertellen wir uns von Wobo sich immer nach Meier, auch kolonische Eltern, ihre Kinder wollen, die Gelegenheit geben, Rachta und Meier lehren zu können. Einzelne Personen, von der Abraham Dick, Bernhard P. Penner und ihrer Gertrempel-Familie, denen ihre Vorderstatt gerade die Porte von dem Germo-Land am letzten Enghorn betonen muss, betolden noch achtelig Jahren immer den Landtags an die 13.000 Hektar Landbegärmung und versuchten, das Land zu verkeipen. Mal scheint es auch so, dass man sich vielleicht ein Käper gefangen hat, aber immer war er, stahl die Schienbohr interessierte Person, das Käipen doch war er ein. Schließlich betoldt keiner mehr den Landtags. Und dadurch sind die ganze 13.000 Hektar Land doch wohl so genannt, in das Regierungsland geworden, wo die Feieranscher und diese Amierend Ehrfei umsonst oben weiden können. Denn ab graute Fläcke von diesem Land warst, waren es im Sommer beträgend viel groß. Die Oltkolonien ab der Germo-Siedlung in Durango meiden sich näher in den 21.000 einen klingemannschen Schaulierer von der Quellenkolonie in Chihuahua. Wir hatten uns all Eiermull davon verteilt, und mankte Ölkolonien zu allen Tiden. Auch dann waren die Mierste von ihrer jästlichen Läder statt betre und reichte Lieren an ihre Schulden unterdreckten. Doch immer noch viele älteren Viren, die ihre Kinger Gieren betre und reichte Lieren loten wollen. Diese Todsach letztlich noch war der Seierstork in Chlor seinen, aus der Järmullied sich gewirkt haben, einen klingemannschen Schaulierer zu meiden. Wenn aus der Ölkolonien ab der Järmosiedlung einen klingemannschen Schaulierer haben, waren dann von der Järmullied ihre Geschwister oder Freund von Chihuahua andere besiegen kommen und sich da selbst überzeugen, dass die klingemannsche erweich von Kinger an der Scholl Ungerrechten viel betre schafft aus der Ölkolonien erweich und dass diese Äre Ungerrechts Methoden die Kinger dort lehren viel leichter mögen, dann fangen bald immer noch mehr ölkolonische Familien auch von der Ölkolonien ihre Darpa und Chihuahua an nur die Quellen Kolonie zu tragen. An er die Kinger eine betre Gelegenheit zu geben, Meier ein Reich der Lehren zu kennen. Auch ich weiß, da werden alle einzelne ölkolonische Familien auch nur durch Quellen Kolonie getroffen an betre Schollen haben zu kennen für ihre Kenia aber nun fangen sehr bo sich Meier Ölkolonie an auch klinge Menschen Scholle haben zu wählen für ihre Kenia viele Ölkolonische Familien trocken da wäre in der Quellen Kolonie viele andere Familien sagten einen weich klinge Menschen Scholle auf ölkolonische Siedlungen und Stahlen zu kennen. Die erste klinge Menschen Scholl mag der Ölkolonie einen stund im Dezember 1922 ab der Klinge Järmos Siedlung an Durango Da wird nur Eier ganz einzelne Ölkolonier familias nur die Klinge ever gesiedelt in Klinge geworden Wo eigentlich für die Klinge Gemeinde Ehre Arbeit auf die Gärmos Siedlung zu den Anfang von der Ölkolonier Ehre übergauen nur die Klinge Gemeinde Von 1963 antrocknen die Gärmos Lied und sie von Gärmos Weich trocken Miestens oder nur die Klinge Gemeinde Von da antrocknen auch viele Ölkolonier Familien nur die Klinge in der Darpa In wen Jahren wohnt da auch Feier von meinen Geschwister mit ihrer Familie Im Fall Juni 1963 in meinem letzten Monat aus Schollehrer an Kronsgaard kamen zwei Klinge Gemeinde von der Kvalon Kolonie meine Scholl dort besuchen Nur die Scholl unterhält wir uns noch lange über unsere Ölkolonier und Ehre Klinge Gemeinde Scholl Deshalb die Prädie sehen mich Ehre Gemeinde Socht Seien noch We am Ehre Scholl Wesen zu verbetern in Sie würden not jenseinen wann wir würden nur ihre Kolonie tragen mit unsere Familie und andere Halper Sie lieben mich eigentlich ehren noch eine Kolonie zu tragen und andere mit ihrem Schulwesen verbetern zu Halper Die zweite Klinge Gemeinde Scholl stund 97 auf die Santa Rita Kolonie im Darb Stehntal Nummer 22 habe Ich Die Drehte Klinge Gemeinde Scholl entstund manc die Öl Kolonie ob die Swift Current Kolonie 19 Sass und Sehntich am Darb Scheinfeld Nummer 100 und Sass Die vierde Scholl entstund 19 Eintahentich manc der Öl Kolonie Manitab Manitoba Manitoba Kolonie Loh Farm Nummer Sass in Hof Die fefteste Scholl entstund Nähentchen Drei Entahentich Ab Die Nürt Kolonie und die sogenannte Salitred Arpa manc die Öl Kolonie und die Sass Scholl entstund Ab Die La Onda Siedlung in Sakatekas Die lebende Klinge Menschen Scholl entstund manc die Öl Kolonie Nähentchen Sass Nähentich von Schollchen in Merterem Lehrer sind in den Büch 75 Jahre Mennoniten in Mexiko Ab die 279 und 229 zu sehen In der Darpa Stehntal Nummer 22 Scheinfeld Nummer 100 Sass Loh Farn Nummer Sassen Hof In die Salitredarpe im Darp Nummer 44 Und Ab die Sakatekas Siedlung Und Ab die Patos Durango Siedlung in Stunden Baut Nur die Gründung von Kliengemeinschen Schollen und Kliengemeinschen Gemeinden Aus die Kliengemeinschen Church in Scheinfeld Nummer 15 Sass der Klin Wart Am Böden des 5 Korin Klien Gemeinden noch eine zweite Grote Church im Darp Neu Hoffnung Nummer 100 Tieren Diese Bewegung Haft von 1963 An Immer Noch Meier Kliengemeinden An Öl Kolonier Därchen An Gebrocht Die Jakob Unger Familie Weir Eine Von Der Ganz Erste Öl Kolonier Familien Wo Von Der Manitobo Kolonie Nur Die Quellen Kolonie Trocken Von Ungers Ere Junge Sind Von Der Meere Kliengemeinschen Prädias Geworden Hennig Unger Es Lang Ab Die Santa Rita Kolonie Am Dar Stehntal Nummer 2 Tagen Dich Prädi Gewast Wir Es Leiden Der Prädi In Grassy Lake Der Ers All Feili Joren De Leiden Da Prädi Auf This Fifth Current Kolonie Am Dar Neue Anlage Nummer 150 Tief Die Erste Bühr Is What Von Manitoba Kolonie Manitoba Manitoba Kolonie Trägen Am Versägen Autos Oder Pickups Trucks Fahren Zu Kehnen Ohne Den Utschluss Zu Kriegen Kriegen Doch Den Utschluss Do Han Hier Anges Schägt Da Wären All Eier So Ne Kolonie Ein Eingefande Ere Darpa Ab Die Manitoba Kolonie Die Interessiert Wären An Klinge Menschen Schau Leerer Meiden Und Da Wären Ab Die Klinge Manitoba Interessiert An Old Kolonische Darpa Schullehrer Sehnen Zu Kennen Obe Besieden Werden Sich Nicht Domit Anzufangen Bad So Was Man Dann Sagt Dort Ist Irgendwo Einmal Irgendwo Derche Bröken Wir In Detmol Bröken Dort Ist Nicht Mäden Manit Old Kolonier An Chihuahua Derch Obe Ob Die Klinge Germo Durango Siedlung Wo Noch Eine Klinge Gruppe Old Kolonische Familiens Wohnten In Er Bastard Versachten Für Ehre Kenia Gote Schullehrers Zu Haben Die Germo Lied Hatten Noch Lang Verhältnismäßig Gote Schullehrers Gehaut So Johann H. Bartsch Abraham Deck Cornelius Kreker Und André Obe Bartsch Woll Nicht Meja Schullehrers Sennen Dick Storf Und Kreker Trock Ob Trägn Och Chihuahua Und Da Ich All Döse Amstern Ken Dot So Ram Oder Können Wie Flecht Seien Viert Gott Ot So Dot Meja Ölkolonier Und Meja Klien Gemeinde Sich Anfangen Beter Kanentolieren Und Mette Einander To Verbinden Und Bolt Wiren Nicht Maw Ab Die Klinge Jarmo Siedlung An Durango Ob Ob Ab Die Ölkolonier Ere Kolonien An Chihuahua Schlinge Gemeinsche Schullierers In Schlinge Gemeinden In Beter Lothar Auch Ab Die Ölkolonier Siedlung In Patus Durango In Lahonda Zacatecas Einmal Horden Wort Von Die Gnoden Fälder Siedlung Eier Einen Klinge Menschen Schullierer Gemeind Ob Aus Der Reit Nioch Tum Mit Schull Hauen An To Fangen Dann Seht Das Schulten Am Dort Auf Die Grob Männer Die Schullierer Gemeind Horden Wollen Haben Heißt Woll Sich Dort Nicht Auf Seien Lothen Aber Die Klinge Menschen Schullierer Wollen Nicht An Einen Öl Kolonischen Darb Schull Hauen Und Das Darbs Am Tot Nicht Haben Wollen Wollen Nicht An Frä An Rechten In Einen Öl Kolonischen Darb Klinge Gemeind An Öl Kolonier Haben Sich Auch Seier Däuch Und Gefrüht Von Dahn Am Wir Haben All Eier Mal Gesagt Dort Die Wän Die Klinge Gemeind Die Mal In Der Kansas Darb Ne Hoffnung Auch Im Heerboden Wohnen Bleiben Nur Dem Er Ältest Damat Adel Die Famili Stalk Trägt No Kansas Trag Net Et Tid Aller Öl Kolonier Waden Niest Und Geist Befrühen Aber Wann Schlinge Gemeind Von Die Kvalen Kolonies Mit Öl Kolonier Befrühen Dann Wohnen Ere Öl Kolonies Eier Portnach Eber Node Schlinge Gemeind Das Gäfte In Mexiko Von Der All Fehl Meier Klinge Gemeind Wart Von De Öl Kolonier Node Klinge Gemeind Eber Eber Egon Sand Aus Der Originale Klinge Gemeind Sand Das Gäfte Auf Die Kvalen Kolonier Von Der Vielleicht Auch Meier Po Klinge Menschen Lied Von Wur Ein Eier Portnach Von Der Originale Klinge Minder Kennt Und Der Ander Von Der Öl Kolonier Aus Wobei Eier Portnach Trin Gemeind Herkunft Sand Und Das Aller Dort So Geworden Dort Old Kolonier Älern Beter Schauen Haben Wollen Für Eier Kennt Ich Weit Wir Haben Noch Nicht Davon Gered Dort Die Erste Grobe Old Kolonier Näh Näh Tien Sehen N Sastig Bad Näh Näh Sastig Von De Swift Grand Kolonie In Chihuahua No Bolivia Trocken Aus Der Den Nicht Gummreifen Räder Brocken Derben Und Der Trägtas Dort Wollen Wie Lothar Nach Da Wenn Wie Noch Fehl Von Dessen Kontroll Verlieren Reden Wollen Aber Hier Wollen Wie Nie Wollen Verteilen Was Dann Passiert Aus Der Zweite Grupp Zwift Korinther 19 75 In Bolivia Betrocken Wir Mit Die Mierste Von Ere Prediger Aus Der Zweite Grupp Zwift Korinther No Bolivien Getrocken Weren Hatte Mierste Von Ere Prediger Staub Dann Wollen Den Mierste Lidwot Auf Zwift Korinth Kolonie Wohnen Geblieben Wären Nicht Noch Wader Nie Aus Old Kolonier Gegründ Woren Und Dann Wollen Die Lidwot Sotos Ein Ola Entweder Klin Gemeinde Oder Rheinländer Oder Sie Gehen Auch Eben Die Konferenz Mierne Haben Von Der Grupp Öl Kolonier Familias Den 1857 1858 Muno Madison Ontario Trocken Hier Wollen Wir Uns Wort Vertalen Von Die Zwift Korinther Die Sieg Nü Mit Die Klin Gemeinde Auf Die Köln Kolonie Top Geschloten Und Sieg Von An Halben Leiten Ein Klin Gemeinsches Schausystem Ernterechten In Eine Klin Gemeinsche Gemeinde Gründen Dort Wir Mank Der Kolonier Mennoniten In Chihuahuan Nähen Die In 75 All Wied Und Breit Bekannt Dort Die Klin Gemeinde Ehre Ungerechts Methoden Fehlbeter Schauften Aus Der Kolonier Ehre Die Können Die Klinge Schwender Beter Reichter Und Meier Lehren Im Kreit Dort Horden Viele Kolonische Älteren Allang Immer Gewollt Aber Die Müsse Von Der Kolonische Oms Wien Immer Noch Do Jährigen Und Do Wären Wörden Sieg Mäß Keine Älteren Der Klinge Bede Konferenz Schäden Und Wörden Sieg Ob Nicht Einen Klinge Mönch Schäule To Mäden Tum Ere Kinger Ungerechten Und Wirst D All So Lange So Gewast Wir Dort Müsse Ums Betret Und Reichter Und Erechten An Ere Schäule Ungerechten Wird Mank An Och All Mäß Schäule To Fingen Bede Und Noch An Säk Horden Reichter Und Beter Ungerechten D Beter Noch Am Joar Nähentjen Fieventich Oder Am Joar Nähentjen Saßen Seventich Aus Fünf Krönsche Öl Kolonier Anfangen Mit A Klingemeinte Ära Halb Ein Klingemeinsches Schulsystem Zu Entwecklen Und Eine Klingemeinsche Gemeinte Gründe Schäule Gebäude Und Erst Die Schäule Warten In Scheinfeld In Anleu Gebüht Und Die Klingemeinsche Schäule Schäule Immer Noch Meier Klinge In Die Gemeint Wart Bo Sich Immer Noch Grata Sodat Ere Grote Klingemeinsche Gemeint Ab Die Manitoba Kolonie Es Von Der Ob Do Wies Öl Kolonier Schäule Vod Wot Gieren Ob Beter Schäule Haben Wollen Für Ere Kinder Dries Genug Wären Sich En Lauf Haben Nummer Saßen Holf Ere Egne Schäule Zu Bühren In Einen Schlingemeinschen Schäule Zu Meiden Also Ab Die Manitoba Kolonie Von Schlingemeinder Wollen Ob Dore Ich An Dort Erlern Beter Schäule Unerreicht Haben Wollen Aus Der Öl Kolonier Schäule 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 Können Und Der Mier Der Kolonier Schäule Vollen Aus Öl Rusland En 18 16 Jaren En 18 70 Jaren Mol Ab Der Borosenko Kolonie Schlingemeinta Och Mier Der Ker Okolier Woonden Dan Fangen Sich Do O An Okolier Und Schlingemeiter Deich Ander To Befriere Dort hier war noch meist ganz ab, als sie in Manitoba übergesiedelt werden. Aber nun, über die Jahre von 1963 an, haben immer noch mehr Kliengemeinden und El Kolonier sich däuchern unter befriedet. Und von dieser, der in Andergefriede, El Kolonier und Schlingemeinde wohnen, von der nicht mehr überall in Mexiko versträht, ob auch in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Kanada, in Belize, in sogar in Südamerika. Es wird ganz interessant sein, mal zu erfahren, wo viele so eine Familie zu all sind. Und das ist, in erster Linie, auch Kolonische Erlern, der verlangen, zu zu schreiben, für ihre Kinder eine bessere Schulbildung zu fangen. Und die Zeit ist aufgerannt. Nächstes Mal, von der Ander von der Petalen, der ab den Manitischen Kolonien und Schuau von 1950, anfangen sehr viel und sehr große Dinge zu passieren. But next at morning, that's to you, George Rampert.